Smarana ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video über energetische Tipps und Tricks für den Alltag. Es geht heute um Energiewampire, um energetische Übergriffe. Und ich kenne einen absolut guten Trick, wie du aus solchen Situationen sofort wieder hinauskommst und in deiner Kraft bleibst. Jetzt stell dir mal folgende Situation vor. Du triffst vielleicht jemanden auf der Straße und ihr unterhaltet euch und diese Unterhaltung nimmt so den Verlauf, dass dich der andere ständig volltextet, zutextet, vollmüllt mit einem Thema, was euch beide gar nicht betrifft, sondern eigentlich nur den anderen. Und du spürst, du kannst nicht mal was sagen, der andere redet ohne Pause. Und du wirst schon auch langsam ungeduldig, dir geht es schlecht und du bist genervt innerlich. Solche Situationen treten immer wieder mal auf. Und wenn man sich da nicht zu helfen weiß, ist man danach völlig kaputt und müde und kraftlos. Denn der andere entzieht dir deine Energie. Das Gleiche kann auch am Telefon passieren, dass du angerufen wirst und dir die andere Person wirklich auch so einen Text dauernd dich zutextet, dich zumüllt mit Dingen, die gar nicht relevant sind, die euch beide gar nicht verbinden, sondern nur die eine Person. Und wie du dies abwehren kannst, das werde ich dir jetzt gleich erzählen. Diesen Trick oder ja diesen Tipp, diese Art, die wende ich schon immer an und so bin ich auch gut ja durch mein Leben gekommen bis jetzt. Und das möchte ich dir auch gerne schenken, damit du auch ja einfach in diese Kraft kommst und bleibst. Und zwar, wenn jetzt dein Gegenüber ständig redet, ohne Unterhalt redet und du kannst keinen einzigen Satz sagen, dann stell dir im Geiste vor, wie du deine Arme verschränkst, dass so ein Kreuz entsteht. Und dieses Kreuz lässt du von oben nach unten durch über deinen Vorderkörper fließen, dieses Kreuz von oben nach unten, stellst du dir einfach vor. In dem Moment schließen sich deine Chakren, also du stellst dir auch vor, dass sich dabei die Chakren schließen, denn wenn deine Chakren zu sind, kann der andere keine Energie mehr anzapfen. Also du schließt praktisch mit diesem Kreuz deine Chakren und dann, jetzt brauchst du ein bisschen Mut, dann sagst du zu dem anderen und das machst du physisch, du zeigst ihm so deine Hand und sagst, du, ich habe noch etwas anderes zu tun, ich danke dir für deine Unterhaltung, ich gehe jetzt, alles, alles Liebe für dich, tschüss. Du kannst auch so einen ähnlichen Satz sagen, du kannst dir überlegen, was für dich passender wäre und dann drehst du dich um und gehst. Und in dem Moment, wenn du gehst, öffnest du deine Chakren wieder. Und du wirst sehen, du bist sofort in deiner kompletten Kraft wieder drinnen. Probier das einfach mal aus. Und wenn es jetzt am Telefon ist, machst du es eigentlich genauso. Du schließt deine Chakren und dann sagst du, du kannst auch die physische Hand zeigen, das sieht er zwar nicht, aber die Geste allein ist auch eine Energie, die spürbar ist. Du sagst dann, du meine Liebe, ich habe noch etwas anderes zu tun, ich kann jetzt nicht länger mit dir telefonieren. Ich wünsche dir alles Liebe, bis dann. Tschüss. Der andere wird weiterreden. Der wird dich nicht zu Wort kommen lassen wollen, aber du machst diese Geste und dann legst du auf. Es muss so sein, denn sonst kommst du nie weg von diesem Gespräch. Der andere wird immer aber, aber und noch was und noch was und dann bist du wieder da gefangen. Also du brauchst einfach wirklich diesen Mut auch, diesen Satz zu sagen, du musst den anderen unterbrechen. Am Telefon ist es ein bisschen schwieriger, weil er dich nicht sieht. Wenn der andere, der dir persönlich gegenübersteht, diese Handbewegung sieht, guckt er erst mal da drauf und dann redest du. Ja, also das ist deine Chance. Dann redest du und drehst dich danach um und gehst einfach. Gehst weg, gehst raus in eine andere Situation, drehst dich auch nicht um, gibst eben keine Chance, gehst einfach weg. So kommst du gut aus der Situation hinaus und öffnest natürlich deine Chakren wieder, damit sie die Energien aufnehmen können von der geistigen Welt, die Stärkung, die dir dann zuteil wird. Und so bist du wieder in deiner Mitte und kraftvoll. Ihr dürft mir gerne unten in die Beschreibung unter dem Video eure Erfahrungen mitteilen, was ihr erlebt habt mit dieser Methode, wie es euch ging. Und ihr dürft mir auch gerne schreiben, für was ihr noch Tipps von mir erhalten möchtet, denn ich werde immer wieder versuchen, jede Woche vielleicht so einen Tipp euch weiterzugeben, damit ihr es leichter im Leben habt. Und wenn es euch gefallen hat und ihr weiterhin auch diese Tipps erhalten möchtet, dann bitte abonniere doch meinen Kanal, indem du hier da drauf klickst und mir deine Wertschätzung überbringst. Und ich danke dir sehr, ich danke dir wirklich sehr dafür, dass du heute hier warst und dass ich dir dies alles erzählen durfte. Also dann bis zum nächsten Mal. Küsschen. 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 Küsschen.